hallo ihr lieben ich habe eine mitteilung zu machen und zwar wie viele von euch wissen oder wahrscheinlich die meisten die diese video sehen werden bin ich seit fünf jahren bei einem amerikanischen unternehmen im vertrieb tätig gewesen ich habe in diesen fünf jahren sehr viele tolle menschen kennengelernt ja habe sehr viel spaß gehabt habe freunde gewonnen habe tolle gespräche geführt konnte mich selber sehr 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 viel weiterentwickeln habe sehr gutes geld verdient habe den höchsten bezahlrang den es im moment in der firma gibt erreicht und habe aber gestern eine entscheidung getroffen und bin nun nicht mehr für diese firma tätig das wollte ich euch gerne mitteilen und ich wünsche allen viel viel erfolg für die zukunft das beste für eure familie gesundheit glück und wohlstand und ich hoffe derjenige der mich kennt wird mit mir in verbindung bleiben wir können freunde bleiben auch wenn wir aber nicht aus der firma ausgeschieden bin und das war es schon ich wollte ein relativ kurzes video machen denke ist mir gelungen und damit habt euch wohl ist dann euer michael ciao